Martin, kannst du mal einen Heimschlag zurück machen? Einen kurzen ist der linke hier gleich als erstes, den zweiten, den ich will und der dritte ist verholzt und der zweite soll bei der Kirche abgehen. Kann sein, dass wir einen Arm weiter müssen. Du musst ein bisschen nach dem Beruf orientieren, oder? Ja. Bitte fröhliche Gesichter auf Bestellung. Ich hab noch nie bezahlt, ja. Wenn du erstmal Schwung drin hast...